Ah, yeah! So, gib mir das doch mal. Wo kommen wir dann irgendwie runter nochmal? Dieses Spielen, da ist man schon echt zu sehr verpackt. Jetzt noch eine Slipper-Seite. Da will jemand in seinem Weg gehen, oder was? Ich werde ihn aufstöbern! Alter! Mit den anderen Schotten! Das ist unglaublich viel präziser, als diese Pistole ist, ne? Der Wichser hat mich erwischt! Ich stirb langsam. Ja... Die mit ihren Schotten immer, ne? Ja. Die fliehen! Festgemalt! Der Lach mit uns ab! Scheiße! Ich sitze echt fest hier! Los! Was ist denn? Was ist denn? Ich dachte wenigstens schießt mich irgendwie jemand an oder so, nix. Kann man ja auch mal machen, einfach irgendwo in die Luft schießen. Gut. So, jetzt gehen wir noch da hin. Hier ist noch Geld, da ist noch Geld. Überall Money. Perfekte Scheiße. Na, zufrieden? Alter, ich bin begeistert. Bring mich da hin, dann leiste ich einen finanziellen Beitrag zu deinem Vorhaben. Das Tor ist blockiert. Aber ich wette, wir könnten durchbrechen. Was ist mit dem Bart? Der Tunde? Ha, ist deine Entscheidung. Da ist doch alles gut. Da ist doch nichts. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Nur rechtzeitig! Ah, scheiße! Wo soll ich dich absetzen? Wo soll ich dich absetzen? Ich habe eine Notfalltasche bei ihr gelassen. Sollte alles nötige drin sein, um klar zu kommen. Dann bist du ja versorgt. Also ich und Sammy damals, wir hatten zwei so heiße Bräute dabei. Wir haben dir so offen gefeiert, richtig auf den Putz gehauen. Das war 1942. Nein, 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 43. Er muss so alt gewesen sein wie du jetzt. Und die Kleine von deinem Alten fängt an rumzumachen. Aber sie hat ein Problem. Sammy ist bewusstlos. Wie gesagt, er war Hacke dicht. Aber die Kleine steht auf ihm. Also hat er erstmal einen Vertrauensbonus. Sie versucht's weiter. Haut ihm ein paar rein, macht ihn wach. Aber jedes Mal, wenn sie loslegt, gibt Sammy wieder um. Der arme Teufel wäre nicht wachgeblieben, wenn's um sein Leben gegangen wäre. Schließlich hatte sie genug, stirbte raus und hörte nicht mehr auf zu fluchen. Und weißt du auch, wer die Frau war? Hörla! Himmelmann! Hörla ist erst 1944 nach New Bordeaux gezogen. Ich zeig' dir, wer das war. Ich hab' ihr Foto gleich hier. Würdest mich verarschen? Ich glaub' ich hab' mich vollgepisst! Wollte nach Hollywood. Naja, letzten Endes hat es ja dann doch noch geklappt. Sammy will come, Perla. Lieb. Ja, da vorne ist es gut. Ich wollte dir nochmal sagen, wie leid mir das mit Sammy und Alice tut. Gut, weiß ich zu schätzen. Du siehst aus wie die Katze, die den Sittich gefressen hat. Das ist unser erster Schritt, um Makano zu brechen und die Stadt zu übernehmen. Ich hör' mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt. Und diese Entscheidung steht dann. Meine Jungs haben mein Geschäft da erobert. Und wir wissen schon, wie die Dinge in dem Bezirk liegen, wie die Leute da ticken. Wär' doch schade, das alles wegzuwerfen. Abgesehen von dem winzigen Detail, das meine Leute den Laden klar gemacht haben. Und zwar entschieden stilvoller. Was für ein Scheiß. Hör' mal Kumpel, mach dir einfach klar, wer der beste Mann für dieses Viertel ist. Das bin ich. Ganz klar. Das Treffen. Du hast die Geschäfte in diesem Bezirk schon verteilt. Aber nun musst du dem Bezirk selber einen deiner Unterbosse zuweisen. Der Unterbosse, den du den Bezirk überlässt, bekommt auch automatisch die Kontrolle über die Geschäfte. Wenn du einen Unterbosse einem Bezirk überlässt, schaltet das nicht nur mehr gefallen und einen höheren Kickback frei, er steigert auch deine Loyalität dir gegenüber. Boah. Die Unterbosse können es dir übel nehmen, wenn sie keine Bezirke zugewiesen bekommen, was später unter Konsequenzen haben könnte. Aber du wirst wirklich das Maximum aus einem einzelnen Unterboss rausholen willst. Musst du schwere Entscheidungen treffen. Lass mich nicht im Regen stehen, Junge. Na gut, ich würde jetzt gerne wissen, wo der Bezirk ist. Hier gibt es nur einen klugen Zug, Partner. Wenn du mir ersten Gebiet in Aussicht stellst und es mir dann wieder wegnimmst, dann wird das nichts mit uns. So viel kann ich dir sagen. Gefallen, die Kosten für deine nächsten Anrufe werden übernommen. Blablabla. Rauchbombe aus. Und wie sieht's aus? Erholung, Sprinte und ich bin mir länger und erhole dich schneller. Wir zwei, wir verstehen uns eben, was? Dankeschön. Das bringt dir bei, wie du dein geparktes Auto lautlos klauen kannst. Ja, das bringt mir sehr wenig, wenn ich ehrlich bin. Und klar, du musst dir alles offen halten. Warte mal, hier kriegen wir ja Geld. Wenn wir alles kommen, einkommen. Geschäfte, Kontrolle, blablabla. Okay, also Cacentra ist dadurch schlechter. Vito, keine Veränderung. Ja, die sind beide schlechter. Da haben wir eine Schaltung der Pistole halt, ne? Das wär schon geil. Du weißt, dass ich damit klarkomme. Also Vito ist, glaub ich, eigentlich am besten. Vito ist der Mann für diese Gegend. Wurde auch mal Zeit. Ich wusste immer, du hast was in der Birne. Wieso rufst du meine Männer in ein Viertel, wenn du es ihnen da nicht geben willst? Wenn du von vornherein schon weißt, wie du es halten willst, dann sag's doch einfach. Und verplepper hier nicht meine Zeit, Mann. Das war's für jetzt. Ich meld mich, wenn ich was brauch. Ja, ja, dachte ich mir auch. So'n Arsch. Sie hatten Recht. Ich muss Schluss machen. Danke erstmal. Weit mein Teil, Donovan. Miss Lancaster hilft mir bei einer anderen Sache. Hat dir Enzo einen Namen genannt? Ja, Remy Duvall. Er baut nicht nur das Casino, ihm gehört auch das Grundstück, wo's stehen soll. Remy Duvall. Der Vollidiot aus dem Radio? Ja, seine Familie lebt schon seit etlichen Generationen hier. Und er hält sich für den großen Master. Nach dem, was hier steht, leitet er nebenbei auch noch die Southern Union. Und die ist quasi das gleiche wie der verschissene Klam. Kurz bevor ich nach Namen bin, haben Pater James und ein paar andere dagegen protestiert, dass es in der Stadt keine schwarzen Cops gibt. Die Southern Union kam und hat jeden verdroschen, den sie in die Finger gekriegt haben. Am nächsten Tag haben sie dann, Gott hasst Nigger, auf die Fassade seiner Kirche gesprüht. Hätte Präsident Andrew Johnson die Verräter damals hinrichten lassen, dann gäb's das ganze Scheißproblem jetzt nicht. Enzo hat außerdem Olivia Marcano erwähnt. Olivia ist ein Sonderfall. Altes Südstaatengeld. Sie war mal mit Sal's Bruder Lucho verheiratet, bis ihm einer die Kehle aufgeschlitzt hat. Und sie hat das Sagen Frisco fehlt? Ja, seit Lucho tot ist. Sie hat den Drogenhandel ausgebaut und ein PCP-Labor eingerichtet. Dort oben leben ne Menge Mafiosi. Wahrscheinlich hat sie dort so was wie nen Treffpunkt. Wahrscheinlich irgendein Hinterzimmer. Ich wusste nicht, dass die Mafia weibliche Kapus hat. Sie ist da, um auf Duval aufzupassen. So wie ich das kenn, hören Bonzenwichser nur auf andere Bonzenwichser. Wen schnappst du dir zuerst? Duval. Auf seinem Land wird das Casino gebaut. Sein Tod macht jeder alle schön nervös. Willst du ihn rauslocken, indem du Olivias Geschäfte störst? Weißt du, ich kenn solche rassistischen Arschlöcher schon mein ganzes Leben. Wenn Schwarzer kommt und diesen weißen Pissern auf den Sack geht, das kann er niemals auf sich sitzen lassen. Der Mann ist zu stolz. Hey, der Bourbon war nicht billig. Viel Erfolg. Alles klar, Bruder. Hm, Freunde. Hm. Mini Berliner. Geil, Alter. Ja. Ich esse im Livestream. Ähm. Let's Play Flow. Ja. Da hast du absolut recht. Da sag ich absolut nichts. Aber hörst du diesen Unterschied? Diesen. Ja. So. Weiße Bezirk. Dein Dings zu. Blablabla. So. Rede mit Vito. Dann machen wir das als erstes. Zu unserem Front. Ich glaub, Cassandra wär besser gewesen. Aber egal. Ich glaub, eigentlich ist es egal wen du den Bezirk zu weißt, weil ein anderer Bezirk kommt ja dann sowieso. Du hast die Consignation ergänzt. Jetzt kannst du auch ohne Abhörgeräte alle Gegner in der Nähe von 2010. Mh. Mh. Amen. Warte, 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 ne, ich will dazu wieder. Ich brauche einen Gefallen. Das machen wir jetzt auch als erstes. Aber ich finde es krass, dass halt Vito irgendwie noch überlebt hat. Ich würde halt gerne wissen, wie er überlebt hat, quasi. Was passiert ist, was ist danach passiert? Das will ich jetzt endlich dann mal bald wissen. Ich weiß halt nur nicht, wann es jetzt so, wann, 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 wann es passiert. Ich will das wissen. Wisst ihr, was ich meine? Ist doch verständlich, glaube ich, oder? Upsa. Entschuldigung, Freunde. So, Vito. Als erstes will ich mich aber noch mal kurz umziehen. Das war der Standard. Ich glaube, ich heiße aber am besten. Ja, alles klar. Kriegen wir hin, Vito. Kriegen wir hin. Aber zuvor snack ich mir mal ein paar Verbandskästen. Ich glaube, ich könnte es nämlich gebrauchen. Ja, hier erstmal ein paar rein. So, hier Verbandskasten, zack. Gebt mir das Ding. Und hier drüben ist noch einer. Zack. Ja, war er nicht. So, dann fangen wir mal. Alte Crew. Gucken wir, was sie zu sagen hat. Da müsste ich auch nochmal irgendwie gehen. Schnappt ihn euch! Ich verbrich's! Von uns geht da keiner mehr raus. Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Das ist meine Chance. Ich schieße! Nix muss sein. Wo finde ich Nestor, diesen Wichser? Nestor soll hier angeblich ein paar der Kabinen klar machen, aber er hat mir nicht gesagt, wann! Das hilft enorm, danke! Normalerweise müsste ich ein eiskalter Keller sein und einfach alle töten, alle! Aber man muss ja auch weiter denken, man muss ja auch ein bisschen ans Geschäft kommen. Deswegen ist es halt gar nicht so verkehrt, dass man halt mal, äh, ein paar Leute an sich zieht, aber die unwichtigen Leute wie er zum Beispiel, würde ich jetzt eigentlich das Feld sagen, kannst du halt einfach abschlachten, ne? Okay, du wirst's. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in South Downs. Klar doch, Chef. Ich könnte hier in South Downs eine Lieferung gebrauchen. Das Problem ist halt, die Scheißdinger machen so viel Schaden. Alter, 97% Schaden, Junge. Alter. Passt aber so viel. Pistolen. So, da ist die Schalldämpferwaffe. Nice. Automatisches Dings. Wir haben jetzt endlich mal hier neue Waffe. Das hier dauert es noch. Gratis, was wussten wir. Machen wir das doch mal. Gewehre. Haben wir auch schon alles dreimal. Speziellwaffen. Ja, er hat jetzt hier. Granatwerfer, wir brauchen den Granatwerfer. Das ist alles Bullshit. Das können wir uns mal anziehen. Adrenalinvorrat, du kannst eine weitere Adrenalin tragen. Ja. Bisschen viel Geld, ne? Das kostet alles so viel. Krass, jung. Wir haben es eingestellt. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Perfekt. Und der ist raus hier. Nicht so. Der schlaftet uns ab. Oh ja, ich glaube, ich stehe das hohe. Der weltlich Arschloch. Ja. Und Feuer. Ach, Züge. Geht mir Deckung, Leute. Geht mir das an. Das muss man selber machen. Oh, der Sound, Alter. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gewollt war, dass ich den Ding bringe oder nicht. Ich hätte, glaube ich, zwei Oktionen. Aber egal. Da will ich doch mal einen Besuch abstatten, würde ich sagen. Oder? Was haltet ihr da? Ja. Ist es. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt das Geiler, der ist ein Schalldämpfer. Dass du hier problemlos rein kannst. Das ist so geil. Gefällt mir jetzt schon. So lange die alle ruhig stehen, kann mir nichts passieren. Das ist verdammt, Alter. Das ist verdammt, Alter. Das istamar, in der Rguege. Da gibt es. Oh, schon. Und, Alter.